Herzlich Willkommen bei der Firma Obert GmbH in Wertheim am Main. Mit jahrelanger Erfahrung und fundiertem Know-how gehört die Obert GmbH zu den größten Malerbetrieben in der Umgebung. Die hochmotivierten und im Betrieb ausgebildeten Fachkräfte sind spezialisiert auf Putz, Maler, Trockenbau sowie Gerüstarbeiten. Das Fachpersonal arbeitet mit modernsten technischen Geräten. So können die Baustellen zügig abgeschlossen werden, wodurch sie vor allem Geld und Zeit sparen können. Jährlich bildet die Obert GmbH bis zu drei Lehrlinge aus. Aussagekräftige Bewerbungen sind jederzeit willkommen. Kundenzufriedenheit liegt den Geschäftsführern Viktor und Alexander Obert am Herzen. Eine persönliche Beratung erhalten Sie in den Ausstellungsräumen oder direkt bei Ihnen vor Ort. Auf Wunsch können zudem individuelle Musterplatten angefertigt werden. Obert GmbH – alles aus einer Hand.